hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ebay haul video heute eine etwas kleinere lieferung aber dafür zwei und zwar haben wir heute ein paar figuren für die stadt die schon die eine hatte ich schon länger im auge und die anderen eher zufällig aber keinesfalls weniger nützlich also haben wir mal einen blick auf die erste figur das ist nämlich der mechaniker aus der minifiguren serie jetzt muss ich nachdenken ich glaube es ist die serie 5 gewesen in der der enthalten war finde ich einfach eine sehr schöne minifigur mit dem schraubenschlüssel und dem werkzeugkasten und dem torso natürlich und diesen ölflecken da im gesicht falls ich also jemals die eckgarage in meiner stadt haben sollte oder irgendeine andere garage oder tankstelle dann ist diese figur dafür sehr gut geeignet kommen also zur nächsten lieferung zum nächsten kleinen päckchen hier ich kann schon mal so viel sagen dass sich dort sachen von hidden side drin befinden werden ich bin kein großer fan von hidden side muss ich sagen auch das ganze konzept dass man das lego nur kauft um es aufzubauen und dann irgendwie reicht nur eine app benutzen soll dieses ganze konzept gefällt mir nicht wirklich und auch das mit den geistern nicht aber das hier sind die beiden poly bags die ich da gekauft habe die kamen also mit irgendwelchen lego heften magazin irgendwie sowas bezüglich hidden side natürlich und die waren da als extra beigelegt und ich habe jetzt nur diese figuren gekauft also auch eben gebraucht bei ebay bzw die figuren hier sind sogar ungeöffnet soweit ich weiß ich glaube die wurden noch nie geöffnet schauen wir uns das mal an jedenfalls haben wir hier so ein ja so ein minen arbeiter und dann haben wir hier noch ein mechaniker zu denen werden also noch mal separate reviews kommen und was ich gut finde schon mal an diesen figuren wir sehen können da unten an der ecke wird angegeben dass man auch einen normalen kopf da enthält also nicht nur diesen 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 geister kopf sage ich jetzt mal also sondern dass man eben auch eine normale figur hat und die ich dann auch eben benutzen werde weil mit diesen ganzen geistern kann ich eigentlich nicht so richtig was anfangen und dass man sehen ja die scheinen also dass jetzt auf jeden fall ungeöffnet noch und das hier nach so das ist nur das ist nur der klebestreifen mit dem das an dem heft befestigt war also beide polybags sind ungeöffnet und ich werde sie dann eben in separaten reviews öffnen und dann werden wir uns diese beiden figuren da mal anschauen und wie gesagt hier der mechaniker der wird auch falls es meine eckgarage in der stadt geben sollte dann wird er da auch ganz sicher drin unterkommen und ansonsten in irgendeiner anderen art von tankstelle oder werkstatt das war's auch schon mit diesem video wieder ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss